Hallo es ist Naruto 1986 herzlich willkommen zu Dragon Ball Z Kakarot zu Part 124 haben wir alles da sehe ich jetzt damit das ist jetzt kritisch ich will mich gerne auf den Weg machen zu den anderen auch das war's ernsthaft natürlich nicht Tschüss Kralin so jetzt wieder zurück damit der aufkommt mach das schneller mein freund was los jetzt kommen Gibt es hier sonst noch eine Mission ich will nicht wissen ob das jetzt O-Long ist noch komm ja das ist natürlich O-Long wie immer so was willst du O-Long mein er hätte Yamchus Geist gesehen finde heraus ob er sich vielleicht nur etwas einbildet mhm alles klar wir haben schon gelebt so keine Sorge O-Long ich schau mir das mal an wirklich danke ich habe ihn beim Park süd östlich von hier gesehen aber was ist ja ok hier 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 dann landen wir mal hier gleich mal da ist doch er am Schulter ja Moment ist das ist das wirklich Yamchus ja wo ist denn der hier hier ich hier So, perfekt Ah, das ist klar Alter, wo geht der denn hin, oder was ist der denn Panner? Wo geht der denn hin, oder wie zum Hänger? Reife Frau, klar Ja klar, als ob ihr am True Angst habt, klar Weg Ja, putz so lange Weg 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 Okay. Okay. Wir kriegen jetzt noch O-Long, dieses kleine Schweinchen, aber noch nicht, weil sonst sind hier keine Mission mehr. So geht's um das hier. So. So geht's zurück. 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 So schauen wir mal, ob wir jetzt alle haben. So geht's zurück. So geht's zurück. So geht's zurück. Geil. Acht habe ich damit. Acht lebhafte Fische habe ich jetzt noch. Zwei Stück brauche ich. Dann noch große lebhafte Fische. Noch zwei Stück. Dann habe ich es geschafft. Cool. da war schon kapitel 2 machen wir so ja mal die stelle in Schwierigkeiten noch mit ihr Schuss Opfer Ich brauche noch zwei lebhafte Fische, dann haben wir es. Das brauchen wir alles gar nicht mehr wissen, das kennen wir alles schon, weil es ein bisschen hierfür gibt es gerade nur eine, deswegen... Haben wir es jetzt endlich? Jawohl, perfekt. Gibt es nur eine und das ist hier. Kommt her, ich batsche euch alle weg. Ah, schön, kommt her. Weg. Und weg. Mein, die hätten eine Chance mit dem, was ich hier habe. Gist es, Leute. So, wenn wir das haben, kann man zurück, das ist nur die einzige, das ist die einzige Aufgabe, was es hier gibt. Warte, wieder eine D-Medallion, dann war ich das so, ja. Amikianisches Opfer. Oh Gott. Da kommt man ja, ihr Penner. Weg. Aha. Tschüss. Wir haben doch Excuse. Was ist los? Keine Chance? Was ist los? Keine Chance? Ja. Was… Aporah. Ich bin nicht. So, jetzt. So, jetzt. Ich weiß nicht. Okay. Hä? Suche als ich zum Gohan nach der amerikanischen Fruchte, okay? Hä? Ja. Ja. Dann habe ich eine von Frucht... Okay. Ähhhh, ja. Neue Ideen wieder hier? Okay, jetzt ist nur die Frage, wo ist die amerikanische Frucht gerade? Also? Hmm Mhm Na, mechanische Frucht. Da ist sie. Perfekt. So, mein Freund. Hier. Da ist sie. Ach so, ja, toll. Die zweite mechanische Frucht, noch zwei Stück brauche ich. Aber ich finde es cool, Alter, wenn ich die dann so... Ach, schon mal... Nein! Oh, hau doch mal ab. Tschüss! Und weg mit dir, das war's. Bäm! Hättest du nicht so gedacht, Alter. Vergiss es! Die dritte noch eine mechanische Frucht, probisch. So. Und noch eine Medaille, damit haben wir jetzt... Ah, 76, perfekt. Und... damit die letzte machianische frucht also damit alle vier tja du Penner, da habt ihr jetzt so pech gehabt, ihr habt jetzt voll in die falsche Richtung gereist, die Penner und tschüss einmal nach oben, einmal nach hinten so so bitteschön, damit alle früchte was jetzt alles noch kommt noch was so 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 ganz zum Gorn an was Bulma zu sagen hat. Okay. So. Auf zu Bulma. So. So jetzt. So. 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 Okay. Ich glaube schon. Ich wollte gerade sagen. Aber ich bin jetzt schon wieder. Dass ich zurückfliegen soll. Das ist nicht mehr eins gewesen. Dann. So. 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 da fehlen dann hier 1 2 hier fehlen noch 4 ein echter Kulativ gut dann lassen wir das jetzt hier mal freundin der nachter warte mal mit den trinken wollte kurz kurz zum Kami Haus ich muss kurz diesen Trottel da finden noch mal dass ich dann diese futzige futzige Fischer am Strand finden kann ja ich glaube ich weiß wo das ist auf jetzt kommen hier drüben 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 Ah ja, du bist perfekt. Oh? Ich glaube, das ist sehr gut. Ich glaube, es ist so schlecht. Ich werde es schnell verletzen. Hä, was ist das jetzt schon wieder? Hm, okay, das ist so vielleicht der letzte Part und hören wir hier auch gleich auf. Ja komm, mach! Mach hin jetzt, komm! Lass mich nicht lange warten! Verdammte Angst! Hä? Naja, das ist doch nicht so. Hehehe, gut. Ah, die großen Simon brauchst du oder was dafür? Alles klar. Wie, hier kommen nochmal neue Aufgaben? Hm. Nein. Das ist ... Hä? Mit namens Hamu? Hamu? Okay. 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 Okay.